Mit bloßem Auge können wir von der ISS keine von Menschen gemachten Dinge erkennen, tagsüber zumindest. Nachts, wenn die Menschen das Licht anschalten, dann erkennt man aus dem Weltall natürlich, wo sind die Städte, die sind sehr stark beleuchtet und das sehen wir dann ganz deutlich. Zum Glück haben wir aber ganz hervorragende Kameras dabei und ganz starke Teleobjektive. Damit können wir heranzoomen und dann können wir auch tagsüber Städte erkennen, Flughäfen erkennen. Wir können sogar die Pyramiden oder die chinesische Mauer fotografieren. Untertitelung des ZDF, 2020